na schön jetzt fangen wir an also einen schönen guten morgen oder guten mittag eigentlich ist ja schon mittag willkommen zur software technik vorlesung wie jeden montag und freitag schön dass sie da sind wir machen heute weiter mit dem entwurf und könnte sagen das ist die königsdisziplin ja in der software technik denn die bestimmt wie flexibel software es wie weit sie erweitert werden kann in vielen fällen auch wie schnell sie ist und wie brauchbar sie ist hatten also letztes mal hatten sie jetzt statt seiner vorlesung ja selbst eine aufnahme anhören sollen nämlich über den modularen entwurf heute kommt der objekt orientierte entwurf ich mache mal schon die folien auf damit sie folgen können so jetzt müssen sie objektorientierten entwurf sehen können tobias ist es da ja christopher nickt also gut wir können loslegen jetzt werden sie froh sein wenn ich ihnen folgendes sage dass eigentlich da nicht viel neues dabei ist denn das meiste wissen sie schon und zwar ist zum einen beim objekt orientierten entwurf das sogenannte geheimnis prinzip aus dem modularen entwurf weiterhin gültig darum kurz eine erinnerung das geheimnis prinzip oder auch das kapselums prinzip sagt dass man innerhalb eines moduls etwas verbergen soll um es später änderbar zu machen und wenn man das nicht so machen würde dann würden vielleicht andere programmieren sich auf die internen variablen beziehen und dann könnten sie zum beispiel nicht sagen oh gut die variable brauchen wir jetzt nicht mehr oder ich will die darstellung ändern wo diese variabel keinen sinn mehr hat ich brauche eine andere ja und dann könnten sie gerade die internen daten strukturen zum beispiel nicht mehr ändern bei algorithmen die auf den internen daten strukturen arbeiten wäre es ähnlich also wollen sie das sicher verbergen und es war eine bittere erfahrung die schon aus den 60er 70er jahren kommt nämlich aus den zeiten als man noch ein assembler programmiert hat und da gab es noch keine idee von modul oder klasse klassisch und gar nicht und da war eben der typische fall dass man anstelle einer klasse einen sogenannten control block angelegt hat in dem eben paar variablen datenstrukturen gesammelt wurden und die konnte man dann von außen ansprechen aber es hat sich dann herausgestellt dass diese ansprechbarkeit dann durch das ganze system sagen wir durch ein ganzes betriebssystem sich zog und bei änderungen war es extrem schwierig dann diese stellen erst mal zu finden und dann diese stellen auch zu zu aktualisieren musste also den gleichen veränderung schritt dann wenn eine variabel verschwunden ist anders benannt wurde nur wenn sie anders benannt wurde war schon das problem da ja und noch schlimmer natürlich wenn der zugriff umgebaut werden musste ja das ist also das prinzip des geheimnisses dass man sachen die sich vielleicht ändern hinter einer änderungsunempfindlichen schnittstelle verbergt ja das ist also das geheimnisprinzip oder kapselungsprinzip und das enthält weiterhin gültigkeit wir haben es eigentlich ja schon eingeführt durch durch die variablen die nicht öffentlich sind sondern die privat sind ja da wurden bereits solche variablen in den klassen markiert als nicht zugänglich aus genau diesem grund dass man keinen zugriff will weil sie diese variabel sich vielleicht ändert in ihrer bedeutung oder dass sie andere einheiten benutzen oder dass sie komplett verschwindet ja so diese flexibilisierung gilt natürlich auch für die klasse ja diese schnittstellen sollen jetzt die entwurfs entscheidungen die veränderbar bleiben sollen verbergen das ist kein kein großes geheimnis meistens sondern es einfach nur eine entscheidung über eine bestimmte schnittstelle bestimmte darstellung andere dinge die die geheimnisse werden könnten sind zum beispiel die die interaktion mit betriebssystem nahen details also sie haben eine bestimmte api in einem betriebssystem sagen wir linux benutzt und stellen jetzt fest sie müssten jetzt konvertieren auf also umstellen die software auf eine für windows ja oder für ein andere wieder für ein anderes betriebssystem vielleicht einem auf einem mobiltelefon und da gibt es diese api nicht ja da stehen sie natürlich dumm darum jetzt muss ich das irgendwie nach implementieren geschickter wäre gewesen das wesentliche dieser api in ein modul zu kapseln das nur noch ein teil dieser api dann sichtbar macht vielleicht auch in zusammengefasster form so dass er bestimmte operationen die man immer in der reihe hintereinander braucht es auch schon zusammengefasst sind in einer einzelnen methode neuen methode und wenn sie jetzt das modul auf ein anderes übertragen müssen müssen sie nur noch den teil der api ändern oder neu implementieren oder über implementieren oder sonst wie irgendwie simulieren der nicht mehr da ist und noch gebraucht wird so also sie sollten noch mal durchgehen durch die liste von möglichen dingen die verborgen werden sollen der klassiker hatte ich schon genannt daten strukturen algorithmen aber auch plattform abhängige apis oder schnittstellen die benutzt werden aber auch die ein ausgabe formate und das liegt auch irgendwie auf der hand dass ich die ein ausgabe formate nur an einer stelle nutze und ansonsten den zugriff auf das zeug das in der in der ein ausgabe geliefert wird dass das per funktion passiert so dass ich die implementierung dieser funktion dann später ändern kann wenn sich das format ändert so dass das behält gültigkeit das ist praktisch ja der externe entwurf beim objektorientierten wurf ist natürlich jetzt so dass wir sagen das modul wird zur klasse oder das paket in der regel werden sie für ein modul mehrere klassen brauchen ja das heißt also in der regel kommt wird das modul zum zum paket ja in ausnahmefällen reicht auch ein modul ein ein eine klasse pro modul was haben wir im externen entwurf noch wir hatten ja darüber gesprochen dass es den modul führer gibt das ist die dokumentation der einzelnen module und wie sie zusammengefasst sind naja das ist jetzt etwas entspannter nicht mehr so viel text sondern eher als uml klassen und uml paket diagramm mit erläutertem text das wird jetzt unser paket und klassenführer anstelle des sogenannten modul führers auch nicht überraschend und auch nicht neu für uns denn das wir haben ja schon gesehen wie das ist wir haben uns lange genug über uml klassendiagramm unterhalten aber natürlich muss man jetzt noch ein bisschen text hinzufügen der den tors entscheidungen dokumentiere sagt also hier drin steht also wie xyz dargestellt ist oder implementiert ist ja natürlich sind die modul schnittstelle wird jetzt zur schnittstelle der klasse oder der abstrakt oder eine abstrakte klasse oder eine menge von klassen und deren schnittstellen oder auch ganz reine leere schnittstellen ja so genannte interfaces der interne entwurf sie erinnern sich da wird von der benutzt relation gesprochen wer benutzt was ist also davon abhängig dass seine dass eine funktionsfähige implementierung einer anderen eines anderen moduls einer schnittstelle vorliegt und das wird jetzt auf der ebene von paketen ausdokumentiert dass man also sagt dieses paket braucht ein anderes paket inzwischen gibt es ja software die sogenannte abhängigkeiten das sind abhängigkeiten wie man sie kennt die fehlen pakete sogar dynamisch nachlädt ist das auch nicht ein konzept das irgendwie rein akademisch wäre sondern tatsächlich von großer wichtigkeit in der praxis diese abhängigkeit zu haben wir hatten dass die benutzt relation genannt abhängigkeits relation ist ein anderes wort dafür das allerdings etwas allgemeiner ist und das alles mögliche sein könnte deswegen nutze ich lieber das wort benutzt relation damit sie wissen dass ich die abhängigkeit unter unter paketen bzw unter modulen meine so schließlich der feine tour verändert sich auch nix da gibt es pseudocode wie wo weit erforderlich oder modul interne datenstrukturen wenn man da bereits inventur vorschläge hat aber in der regel bleibt das leer denn es sollte dem dem implementieren möglichst viel freiheit gelassen werden das geeignetste zu 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 wählen gut das ist also gar nichts neues beim objekt orientierten entwurf allerdings ergeben sich im objekt orientierten entwurf zusätzliche möglichkeiten die modularen entwurf schwieriger zu verwirklichen sind ja insbesondere und das ist ganz auffällig die mehrfach instanzierung von klassen und das haben sie im modularen entwurf nur mit mühe ja also im modularen entwurf ist es ja so sagen wir schreiben sehen ich brauche also eine datenstruktur meinetwegen sagen sie ich brauche ein feld das wird die implementierung meines kellers sein dazu brauche ich einen zähler der mir sagt wie voll der keller ist und dann habe ich noch drei methoden push und pop und das war es dann dann haben sie genau einen keller im sagen wir wenn sie in c programmieren würden ja wenn sie sagen wollten jetzt bräuchte ich noch einen weiteren keller dann ist das nicht so leicht möglich denn da müssen sie jetzt tatsächlich hergehen und dieses modul kopieren und den namen des feldes indem sie die die daten des kellers speichern umbenennen und die methoden ebenfalls umbenennen ja damit da keine konfusion ergibt im objekt der entwürfe ist das ganz ganz anders gelöst da gehen sie her und sagen okay ich habe eine klasse die gibt mir allgemein das bau print auf bauprinzip her und wenn ich nur sage kriege ich eine kopie dieser daten strukturen und implizit auch der methoden und weiß dass einer variablen zu und wenn ich die variable benutze dann weiß ich genau welche der verschiedenen instanzierung der klasse gemeint ist das ist sehr sehr viel praktischer als in einer programmiersprache wc wo es eine objektorientierung nicht gibt also merken mehrfach instanzieren von klassen ist tatsächlich eine großartige verbesserung im im objekt orientierten entwurf und auch in der objekt orientierten programmierung eine zweite wesentliche verbesserung ist die vererbung mit der zugehörigen polymorphie auch das gibt es in der programmiersprache wie c oder pascal gar nicht überhaupt nicht kommt nicht vor sie können also nicht sagen es gibt kein substitutionsprinzip sie können nicht sagen ich habe ja eine variabel einer bestimmten oberklasse und ich kann da ein eigentlich auch die unterklassen objekt reinschreiben und es so benutzen als wäre es vom wert vom typ der oberklasse gibt es nicht ja die polymorphie gibt es auch nicht man kann sie mal wieder implementieren man kann hergehen und alles verzeigen mit zeigestrukturen betrachten also sie können hergehen und sagen ich mache jetzt ein modul da habe ich nur noch zeige drin nämlich die zeige zu den einzelnen methoden und wenn ich so ein objekt habe kann ich dann durch die methoden aufrufen aber das wird schon sehr sehr mühsam das durchzuhalten man musste aber in als eben c++ noch nicht so richtig funktionierte oder noch gar nicht da war man gleiche funktionalität hatte eben diese implementierungstechniken wählen aber seien sie froh dass sie es nicht machen müssen und schließlich auch noch die idee dass sich eine reine schnittstelle habe also eine ohne idee implementierung aber dafür gleich mehrfach implementierungen plane und sie austauschbar mache auch das ist in der programmiersprache wc ohne objektorientierung irgendwie möglich aber eben sehr mühsam nicht so elegant wie sie das in java oder anderen objekt orientierten sprachen haben ja also wir merken uns diese drei punkte beim objekt orientierten entwurf haben wir zusätzliche möglichkeiten nämlich eine mehrfachinstanzierung der einzelnen klassen wir haben vererbung mit polymorphie und wir haben schnittstellen die variantenbildung erlauben in einem programm sie müssen sich jetzt mal wieder vorstellen wenn sie zum beispiel eine telekommunikationsschnittstelle haben ja und sie sagen ich gehe einmal raus in das internet über eine internet schnittstelle und einmal über bluetooth sind völlig andere schnittstellen aber sie sagen sich alles was ich brauche ist ein öffnen einer verbindung und das lesen und schreiben dann ist das natürlich auf der internetseite sehr schnell implementiert auf der bluetooth seite vielleicht nicht so schnell es gibt eine bibliothek gibt es ganz sicher die das dann tut aber im prinzip wenn sie das erst machen müssen haben sie die möglichkeit dass sie innerhalb ihres programms einmal mit dem internet arbeiten und wenn das gerät mit dem sie kommunizieren nahe liegt sagen sie vergisst das internet ich gehe direkt über die bluetooth schnittstelle an dieses gerät heran dann können sie dynamisch sagen diese schnittstelle an der an der orientiert sich mein programm ja dass die schnittstelle sagt mir dass sie öffnen schließen lesen und schreiben kann und ich schiebe jetzt darunter einfach die implementierung auf bluetooth und mein programm wird funktionieren ja das ist schon toll und konnte man zum beispiel in c auch nur mit mühe erreichen und ist natürlich auch wichtig moderne programmierung mit dieser varianten bildung die wir mit den verschiedenen plattformen haben so noch zusätzlich was sich entwickelt hat ist die sogenannten entwurfs muster und entwurfs stile die die sagen wie man mit schnittstellen und vererbung und mehrfach instanzierung geschickt umgeht da werden wir uns auch ziemlich lange damit unterhalten wie ein guter objektorientierte entwurf aussieht es gibt allerdings auch klassische entwurfs muster die ohne objektorientierung auskommen zum beispiel die gute alte schnittstellen architektur und die schauen wir uns als nächstes an nämlich die architektur stile und danach den entwurfs muster die etwas detaillierter sind aber detaillierter an ebene des entwurfs objektorientierte entwurf wenn sich historie interessiert da gibt es einen bekannten mann der ist grady butch inzwischen ist er auch das bild noch aus seinen jüngeren tagen heute inzwischen ist er grauhaarig und war chief scientist oder ist noch das weiß ich jetzt nicht recht bei rational software corporation und er hatte als erstes software engineering mit ada besprochen das ist eine programmiersprache die ursprünglich auch noch ohne klassenausgaben und ohne objektorientierung hat aber dann eine die klassenbibliothek in c++ bearbeitet und sich da einen namen gemacht ja komponenten bibliothek geschrieben objektorientiertes design mit applications ist vielleicht das wichtigste würde damit sie den namen mal gehört haben ist für sie nicht mehr unbekannter genauso wenig wie david partners ein name ist den sie noch kennen sollten der fällt ja doch ab und zu unter software leuten und ein verständnis für historie gehört auch ein bisschen zu ihrer ausbildung dazu ja nicht erst so der selbst selbst geschulte programmierer der keinen tieferen zusammenhang kennt als wie die ap ist die karte mit denen er gerade umgeht so also dann schauen wir uns jetzt die architektur stile an schauen ob ich da ran komme so das wäre also kapitel und muss ich wieder auf teilen gehen 34 jawohl share da weiter es gibt eine frage per handzeichen jawohl lasst mich erst mal das noch fertig machen damit ich da meine aufstellung herbei so jetzt wäre ich soweit ja bitte was war die frage ich versuche mal ich fordere die person mal auf sich zu an okay vielleicht auch nicht okay sonst halt im chat schreiben glaube ich ist ein bisschen unkomplizierter wenn es auch ein bisschen mehr arbeit für sie ist zum tippen genau architektur stil so erster architektur ist die sehr sehr wichtige architektur stil oder man könnte auch sagen architektur ist die sogenannte virtuelle maschine manchmal auch abstrakte maschine genannt abstrakt ist es nicht in dem sinne dass es keine implementierung gäbe sondern dass es sehr wohl eine implementierung gibt und erst mal das allgemeine konzept dann gebe ich ein beispiel wo sie sagen wir aha ja klar jetzt verstehe ich das ja also gut eine abstrakte maschine oder virtuelle maschine ist einfach eine menge von software befehlen und objekten die auf einer darunterliegenden abstrakten oder realen maschine aufbaut und die sie ganz oder teilweise verdecken können wozu brauche ich das dazu gebe jetzt ein beispiel aus meiner eigenen vergangenheit und zwar musste ich mal eine studien arbeit schreiben über sagenschreibe abstrakte maschinen und damals war es war folgendes von interesse man hatte sagen wir einen großen rechner viele viele schränke ja natürlich klimaanlage und so weiter und man wollte änderungen im betriebssystem ausprobieren den fall hat man da war das zum beispiel eine sogenannte ibm mainframe also wirklich richtig großer richtiger teurer kasten man wollte das betriebssystem ändern aber man konnte sich nicht leisten denn das betriebssystem abzustellen dass den rechner abzustellen für testzwecke wie soll man also testen während benutzer die maschine laufen lassen wollen und sich lautstark beklagen würden wenn ich jetzt diese maschine für eine stunde ausschalten oder auch nur für zehn minuten ja das war also überhaupt nicht möglich dann hat man gesagt könnte ich eine software implementierung schreiben die den befehlssatz der maschine enthält das waren also maschinen befehle in diesem falle wirklich also auf assembler ebene die aber in software implantiert ist sondern sich so vorstellen sie geben mir ein assembler programm das ist also kodiert wie es auf der tatsächlichen maschine laufen würde aber ich gebe das nicht zu der maschine zum ausführen sondern schauen wir die befehle erst per software an ja und sage kann ich den befehl laufen lassen oder nicht wenn das ein nicht privilegierter befehl ist zum beispiel dann kann ich den laufen lassen so also was sie jetzt bauen ist mehrere einzelne lauffähige programme die an einer auf der großen maschine gleichzeitig laufen aber einige davon interpretieren nur die maschinenbefehle die in einem assembler programm stehen und damit haben sie plötzlich die möglichkeit ein ganzes betriebssystem da reinzuschieben und das wird also gewissermaßen auf der echten maschine simuliert das macht man jetzt aber auch noch geschickt so dass die meisten instruktionen auch direkt laufen also auf der direkten maschine aber nur die privilegierten befehle werden abgefangen die privilegierten befehle bedeuten immer dass man ins betriebssystem springt und da wollen sie natürlich eingreifen ja das war also ein solches beispiel einfach die hardware die man hat zu replizieren virtuell ja und das konzept wird heute noch benutzt den werden sie gleich sehen was es da alles gibt an virtuellen maschinen eine programmiersprache könnte ich auch als eine virtuelle maschine bezeichnen denn sie hat befehle addierbefehle vergleichsbefehle aufrufsbefehle und so weiter die sind natürlich sehr viel knapper hingeschrieben als die entsprechenden assembler instruktionen aber ich habe jetzt eine programmiersprache die jetzt eine virtuelle maschine mir vorspiegelt zum beispiel eine java programmier schnittstelle die virtuelle maschine von java die also etwas tiefer ist und einfachere befehle aber immer noch befehle hat die wesentlich komplexer sind als die eigentlichen maschinen befehle also diese java virtuelle maschine heißt tatsächlich eine virtuelle maschine ja eine gui bibliothek ja eine gui bibliothek abstrahiert von den einzelnen befehlen mit denen man einzelne bits auf dem bildschirm an und abdreht ja sondern sagt okay du bist eine schaltfläche gut dann kriegst eine schaltfläche geliefert als software element und natürlich sind da wenn du es benutzt läuft da alles möglich an ein programm ab um die bibel um dieses bibliothekselement zu verwirklichen aber als programmierer siehst du nur diese elemente die schon so konstruiert sind dass es möglichst einfach ist eine benutzer schnittstelle zu konstruieren ein anwendungskern der also die entsprechenden datenbank befehle ausführt und so weiter der kann auch als virtuelle maschine gesehen werden ja und ich kann ich wäre kein informatiker wenn ich sagen kann die virtuellen maschine natürlich auch auch aufeinander aufstapeln ja da ist also erst mal die java virtuelle maschine dann die programmiersprache der java selbst und dann oben drüber vielleicht ein anwendungskern der in java geschrieben ist ja also kann ich sie natürlich aufeinander aufbauen lassen und selbstverständlich möchte man jetzt ganz sicher sein dass die benutzte relation zwischen den abstrakten maschinen hierarchisch ist das heißt zyklen frei es gibt keine starke maschine die sich auf eine andere abstrakte maschine bezieht die sich auf umwegen wieder zurück auf die erste bezieht das würde einfach nicht funktionieren nur in ausnahmefeld ja so also wie wird das gemacht eine abstrakte maschine wird in der regel von einem oder mehreren modulen oder paketen implementiert na ja nichts nichts spannendes da aber dabei werden also die diese abstrakteren software befehle deswegen abstrakter nicht weil es nicht implementiert ist sondern weil sie mit weniger details und mehr problem orientiert sind diese abstrakten software befehle und objekte werden dann von den schnittstellen dieser module bereitgestellt dazu kommt dass die darunter liegende maschine ganz und teilweise verdeckt werden muss um inkonsistenzen zu vermeiden das ist manchmal schwer zu verstehen was meint er damit ja was ich damit meine ist folgendes stellen sich vor sie implementieren die java virtuelle maschine die java virtuelle maschine nimmt also die befehle aus der java virtuellen maschine her implementiert sie in software so dass sie auf einem bildet sie ab zum beispiel als übersetzer zum beispiel wird sie abbilden in folgen von assembler befehlen ja und jetzt nehmen wir noch an dass die dass die echte maschine eine sogenannte register maschine ist das heißt sie hat keinen keller an sich sondern sie hat nur register sagen wir mal 16 stück oder 64 stück in der regel verwendet man jetzt die register um die arithmetik durchzuführen und muss also um zum beispiel eine addition zu durchzuführen braucht man einen befehl der die 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 zu addierenden werte in zwei verschiedenen registern enthält und das ergebnis in ein drittes register ablegt ja so und jetzt stellen sich und außerdem werden die register dazu benutzen parameter zu übergeben wir haben ja keinen keller also müssen wir sie anders lösen und das geht dann in der regel über freie register wenn wir 64 register haben zum beispiel können wir ganz schön viel parameter übergeben wir speichern also vor dem aufruf die 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 einzelnen parameter in register und machen dann den aufruf ja so jetzt stellen sich vor ich erlaube dem programmierer der die java virtuelle maschine benutzt also zum beispiel der java programmiersprache den zugriff auf alle diese register ich könnte also in meinem programm register beliebige register schließen schreiben und damit würde ich alles in der virtuellen maschine durcheinander bringen nämlich ich könnte jetzt den den wert von registern überschreiben die erst satiert werden müssen oder ich könnte werte verlieren weil die virtuelle maschine mir das register überschreibt oder ich mache parameter kaputt die übergeben werden müssen das wäre also ganz ganz blöd daher muss ich sicherstellen dass die virtuelle maschine die benutzung der register nicht mehr zur verfügung stellt oder aber wenn ich ein register wirklich brauchen das gibt es auch man kann in manchen programmiersprachen sagen dass eine bestimmte variable in registern gehalten werden soll ja dann will ich das nicht so haben dass ich sage aber ich will es in registernummer 15 haben sondern ich überlasse der virtuellen maschine dieses register zu wählen damit sie ein freies register wählen kann ohne diese probleme zu erzeugen die ich gerade genannt hatte ja so also das dazu zu dem problem dass die darunter liegende maschine ganz oder teilweise verdeckt werden muss es gibt hierzu zwei fragen zum einen kam eben schon schon die frage ob da nicht jede library eine art abstrakte maschine ist man könnte das so sehen ja man könnte also eine jede bibliothek die api als api als eine als eine art virtuelle maschine sehen ja kann man tun guis zum beispiel ja ob es jetzt wirklich sinnvoll ist eine sagen wir mal eine einfache datenstruktur als abstrakte maschine zu bezeichnen das ist wirklich nicht der fall aber wenn sie so wollen ja ich habe jetzt eine abstrakte maschine den keller hat wunderbar dann kam noch die frage oder anmerkung ob das jetzt heißt dass eine abstrakte maschine von oben zb java befehle entgegen nimmt und dann an der unterliegenden geschichte zum beispiel maschinencode weitergibt also die java virtuelle maschine ja besteht aus befehlen ich weiß nicht ob sie sie studiert haben in informatik 1 oder programmieren ich denke eher nicht sondern die besteht aus befehlen wie zum beispiel methoden aufruf ja gibt man den namen der methode und der klasse und so weiter und was jetzt mit dieser virtuellen maschine passiert ist folgendes sie schreiben natürlich in code in java selbst oder sie schreiben es in einer anderen programmiersprache die auf java auf die java virtuelle maschine übersetzt wird das geht natürlich auch ja aber jetzt bleiben wir mal bei java sie haben einen einen übersetzer der ihren java quellcode übersetzt in eine folge von befehlen der java virtuellen maschine das ist also ein übersetzungsvorgang in diesem fall ja diesen virtuellen code also java den code der in der java virtuellen maschine geschrieben ist den können sie jetzt übers internet verschicken an einen anderen rechner sagen wir ja der rechner dort der empfangs rechner sagt schön das ist ja virtuellen maschinencode den weiß ich wie ich den zu behandeln habe ich kann den entweder interpretieren das heißt jetzt kommt die java virtuelle maschine fängt die zu lesen an und beginnt den java virtuellen maschinencode auszuführen ja oder aber ich habe einen zweiten übersetzungs schritt der sagt java virtuelle maschine kann ich zu interpretieren indem ich eine eine wird die virtuelle maschine den code lesen lasse und sie das ausführt dass die eine methode aber ich kann noch mal übersetzen ich kann die java virtuelle maschine jetzt in maschinencode übersetzen und auch sogenannten objekt code übersetzen und den dann der echten maschine geben zur ausführung ja also gibt es mehrere möglichkeiten java ist an sich eine programm die java programmiersprache selbst ist die sprache mit der sie eine virtuelle maschine die java reine java maschine steuern ja solche implementierung gibt es übrigens auch die ohne virtuellen maschinencode auskommen oder gab es die tatsächlich den java java sprache direkt interpretieren ja oder sie gehen zwischenschritte ein sagen sie jetzt übersetze ich erst in die java virtuellen maschinencode brauche dafür eine implementierung der java virtuellen maschine den code versteht oder ich übersetze nochmal in maschinencode und dann brauche ich eine echte maschine die den interpretiert oder natürlich auch wieder eine abstrakte maschine die die echte maschine simuliert also sagen sehen schon da muss man genau unterscheiden zwischen dem programm das tatsächlich etwas tut und der sprache mit der ich die ich dem diesem programm gebe also diese abstrakten oder virtuellen maschine der java virtuelle maschinencode steuert die java virtuelle maschine könnte man vielleicht besser erklären mit dem bildchen aber ich glaube so verstehen sie es auch ist die frage damit geklärt ok scheint geklärt zu sein es gibt es gibt noch eine frage dazu ja aber vielleicht wird es auch erst mal weitermachen machen wir erst mal weiter vielleicht ist es wird es dann geklärt ja ein betriebssystem ist auch eine virtuelle maschine und zwar eine überaus mächtige ja sie können betriebssystem prozesse erzeugen und laufen lassen ja das können sie auf assembler ebene zwar auch aber das wird mühsam ja es liefert mir einen virtuellen speicher so haben sie wieder das wort virtuell der virtuelle speicher sieht folgendermaßen aus sie haben ja in ihrem haupt speichern haupt speicher von begrenzter größe sagen wir acht gigabyte oder 16 gigabyte oder sowas ja vielleicht noch größer wer weiß aber sie haben viel mehr programme und daten als in diesen riesigen haupt speicher passen würde also virtualisieren sie den und er geht so dass sie sagen ich habe jetzt müssen mal in der prozessverwaltung schauen wie viele prozesse sie eigentlich laufen haben gleichzeitig das sind etwa ich würde es sagen entschuldigung an die 100 200 werden keine fertig nicht überrascht wenn da 200 prozesse laufen also nicht nur die anwendungsprozesse und alles mögliche an hilfsprozessen die alle brauchen platz ja die virtuelle maschine hat entschuldigung die echte maschine nicht die virtuelle hat keinen platz dafür für alles ja also wird virtualisiert das heißt sie geben ein teil des haupt speichers an eine sagen wir an die anwendungsprogramm und wenn das gerade nicht läuft wird der inhalt dieses haupt speichers gesichert auf einen auf einen auf einer platte und sie wieder weiter läuft wird es wieder geladen dazu muss vielleicht ein anderer haupt speicher bereinigt werden das heißt der speicher eines anderen prozesses auf den hintergrund speicher verschoben werden oder ein teil davon ja also virtuelle speicher und 60 jahren schon erfunden der erlaubt es so zu tun als hätten wir einen unendlich großen speicher oder so groß wie im die wird adressierung der maschine reicht mit 64 bit ist es schon ziemlich groß was erreichbar ist ja und diese virtualisierung ist übrigens ziemlich schwierig zu erreichen weil es ja auch diese dieses abfangen von adressen betrifft die gerade nicht im haupt speicher sind das lernen sie aber in betriebssystem vorlesen wie das geht ja ladenhaltung auf hintergrund speicher das können sie auch machen also müssen sie wirklich wissen auf welchem sektor und auf welcher spur ihre datei gespeichert ist auf der platte nein das müssen sie nicht sondern sie haben eine super datenhaltung gesagt ich habe dateien das sind also ansammlungen von bits und wo diese bits gespeichert sind weiß das betriebssystem und wenn sie es lesen wollen gut dann hole ich sie raus und wenn sie geschrieben werden dann werden sie einfach überschrieben auf der platte an der richtigen stelle ja kommunikationsschnittstellen gibt es auch verschiedene arten kommandosprachen ich weiß nicht wie viele shells inzwischen gibt da müssen sie auch an die 100 sein es ist die kommandosprache für unix und unix ähnliche betriebssysteme grafische benutzer oberflächen gibt es auch noch in der im betriebssystem die grundoperationen die dafür zur verfügung stehen sie müssen also nicht wissen wie sie den grafikprozess dazu bringen dass er bestimmte bits von rot auf grün stellt ja irgendjemand muss das wissen aber das ist der implementierer dieser grafischen benutzer oberfläche ja gleichzeitig verdeckt das betriebssystem gewisse privilegierte befehle ein anderes beispiel also auch wieder für eine verdeckung zum beispiel wird verdeckt die werden verdeckte befehle wie man eine platte ansteuert die können sie nicht mehr selbst benutzen denn die würden die steuer die die datenhaltung auf der platte des betriebssystems komplett durcheinander bringen ja wenn sie plötzlich sagen auch jetzt will ich aber was schreiben auf die datei auf die platte und ich entscheide wohin das ist keine gute idee für ein konsistentes dateisystem ja diese privilegierten befehle nicht zu nutzen das wird übrigens zur laufzeit überprüft das kann das betriebssystem schon selbst das weiß was die betriebs was die privilegierten befehle sind und sagt dann ach du bist aber kein betriebssystem bist nicht ich daher wird dieser befehl dieser privilie entweder ignoriert übersprungen was übrigens probleme versuch verursacht bei der bei der implementierung oder sie führt zu einer unterbrechung also exception wie man so sagt und die unterbrechung führt dazu dass das betriebssystem zu laufen beginnen sagt wo was ist hier los dieser befehl ist ja die im anwendungsprogramm überhaupt nicht gestattet also werfe ich das anwendungsprogramm raus ja bei der virtualisierung passiert etwas anderes wenn das eine virtuelle aus einer virtualisiert maschine kommt die kann natürlich privilegierte befehle verursachen und das kommt dem interpretierer der virtuellen maschine der implementieren der virtuellen gerade gut zu pass denn wenn jetzt so ein privilegierter befehl ausgeführt wird dann erfolgt ja eine unterbrechung das heißt das eigentliche betriebssystem sagt jetzt hoppla moment mal jetzt müssen wir was simulieren als wäre eine echte privilegierte befehle ausgeführt worten nämlich zum beispiel auf platte schreiben und das fangen wir jetzt ab und machen es so dass diese schreibe operationen schön sauber ungefährlich abläuft ja okay ist also ganz kommt eigentlich ein ganz komplexes ganz komplexer vorgang der hier ab abläuft während während der virtualisierung einer ganzen eines ganzen rechners java-virtuellen maschinen interpretiert bald gut das haben wir schon gesehen java übersetzer bietet selbst eine abstrakte maschine die es in java programmiert das haben sie ja gelernt den programmieren eins ja selbst als selbst wieder auf der abstrakten maschine java vm auf das ist auch eine abstrakte maschine in die wird hinein übersetzt dabei sind die maschinen befehle bei kurzem register und so weiter verdeckt die verdeckung wird vom übersetzen überprüft übrigens und ja dokumenten formatiere sind auch abstrakte maschinen wenn sie so wollen die haben einen eingeschränkten befehls hat natürlich obwohl so eingeschränkt ist er nicht das inzwischen unglaublich umfangreich sie können da denken an tech oder auch an word wie viele befehle gibt es da ein menü nach dem anderen endlos ja aber auch das ist eine abstrakte maschine sie könnten natürlich auch selbst sagen wie ein buchstabe zum beispiel das große idee am dokumenten formatiere zu formatieren ist wollen sie natürlich nicht denn das wäre viel zu mühsam ok oder aber wir benutzen jetzt eine elektronische post das ist einfach auch nur ein große virtuelle maschine die halt nichts kann aus der post empfangen und sie ihnen darzustellen und diese post dann entweder zu löschen oder antworten zu geben oder sowas auch da bieten gibt es eine große anzahl von befehlen zum senden und empfangen und zum anzeigen und sortieren in unterordnen und so weiter und gleichzeitig übernimmt diese elektronische postbearbeitung auch die pufferung der entgegennahme großer großer botschaften sie schicken also dateien was weiß ich ein gigabyte große datei die kommt nicht einfach so sondern die muss als nachrichten zusammengesetzt werden da bedient es sich wieder einer virtuellen maschine nämlich dem in der internet-schnittstelle aber wir müssen dann trotzdem wissen wie man die datei wieder zusammensetzen und sie präsentieren ja so dass sie weiter bearbeitet werden geladen geöffnet und so weiter ja fehlerbehandlung ist auch noch zu machen also auch dafür eine elektronische post ist eine abstrakte maschine die hat zum beispiel noch das zusätzliche problem der synchronisierung sie müssen also sie können ja die elektronische post von verschiedenen stellen aus abrufen und von einer von einem rechner was löschen das muss dann der andere rechner auch mitkriegen wenn sie wieder neu beginnen oder gleichzeitig beginnen das heißt also hier können sogar das gleiche postfach kann gleich von mehreren prozessen unter umständen gleichzeitig bearbeitet werden und das muss diese abstrakte maschine regeln damit keine löschungen passieren oder dass ein inkonsistenter zustand entsteht ja so dass schließlich der letzte punkt betrifft etwas ganz tiefes unten in programmiersprachen nämlich sogenannte makros ein makro sieht aus wie ein wie eine methode oder eine prozedur hat also einen kopf mit parametern und sie können makro aufrufen aber bei dem aufruf passiert etwas ganz komisches das zeichen jetzt mal sie können zum beispiel in c programmier sprache c folgendes definieren sie können ein makro sport definieren das ist die feind davor mit zwei parametern x und y übrigens kein kein typ dabei ja und der rumpf dieses sport befehle sieht aus als wäre dass sie das x erst zwischen speichern dann das y in x speichern und das y gleich temp setzen ja so damit wäre also ein austausch erfolgt diese werte xy daher sport ja nur wenn so ein aufruf erscheint zum beispiel swap ab mit ihren beiden variablen dann wird das ersetzt nicht aufgerufen sondern ersetzt durch den text das heißt in ihren text selbst programmiert text in c wird einfach dieser text eingefügt warum macht man das so das macht man so um sich denn denn die kosten für den eigentlichen aufruf für sowas einfaches zu sparen ja also solche markus sind in der regel kurz und der aufruf ist kein aufruf sondern eine textuelle ersetzung ich lasse es mal das problem wie das wie hier der richtige typ gewählt wird mal weg ich könnte es zum beispiel hier schon als interklären wenn ich so will und immer weiß dass das aufruf immer integers betrifft aber das lassen wir mal beiseite dieses typisierungs problem kommt noch ein bisschen dazu ja so ich könnte also jetzt so eine bibliothek anlegen die sagen wir nur aus makros besteht und das kürze kurze text stückchen zusammengesetzt dann im ergebnis ein zusammengesetztes programm ergibt ja diese markus sind aber in der regel ungeeignet die unterliegenden maschinen zu verdecken ja was also zum beispiel sehr beliebt ist für für makros insbesondere wenn sie auf ganz tiefen programmiersprachen arbeiten zum beispiel in der sembler dass sie einen aufruf makro haben dass er aufruf makros nimmt also die parameter entgegen und die aufzurufen die prozedur und erzeugt dann einen langen schwanz von instruktionen maschinen instruktionen die den aufruf bewerkstelligen ja na schön das kann ich machen aber ich kann mit den assemble instruktionen alles davon kaputt machen ja ich könnte also zum beispiel den aufrufs keller stören indem ich in den aufrufs keller irgendetwas rein schreibe oder etwas lösche oder so ja also markus sind für die verwirklichung einer virtuellen maschine nicht gut geeignet obwohl es immer wieder versucht wird so dass wir als auszug auf makros in eine welt die sie noch nicht kennen nämlich die assembler programmierung der assembler programmierung wünsche ich ihnen nicht aber manchmal muss es eben sein so und jetzt das passiert wozu die abstrakte maschinen heute hauptsächlich benutzt werden die ganze zeit benutzt werden die laufen die ganze zeit auf der ganzen welt ist die virtualisierung bei dienstgebern bei servern im cloud computing ja ich kann zum beispiel einen ibm rechner mieten oder auch einen anderen rechner mieten einen server dienstgeber dieser kann auf einem und der 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 anbieter dieser dienstleistung sagt ibm rechner habe ich eigentlich keine aber ich kann sie simulieren oder virtualisieren das heißt sie könnten auf einem intel rechner laufen ja das heißt also wird eine komplette virtuelle maschine wird das das was ich ganz am anfang erzählt hatte eine virtuelle maschine auf die auf einzelinstruktionsebene virtualisiert oder simuliert der kunde kann dann hergehen und auf dieser virtuellen maschine sein gewünschtes betriebssystem sogar installieren ja er kann also einen kompletten software stapel auf diesem virtualisierten rechner aufbauen und merkt davon nichts ja es können sogar pro rechner mehrere und sogar unterschiedliche virtuelle maschinen virtualisiert werden ja diese virtualisierung wird entweder durch software geleistet indem ich einfach die privilegierten befehle abfange und dafür was gescheites mache so dass niemand durcheinander kommt wenn es auf einer unterschiedlichen architektur läuft wie zum beispiel ibm befehle auf einem intel rechner dann muss ich jeden einzelnen befehl per software anschauen sagen okay was tut der und das muss ich durch simulieren ja ich brauche also tatsächlich eine simulierte maschine und was man vor einiger zeit entdeckt hat ist dass man diese virtualisierung beschleunigen kann weil sie ja in software abläuft das heißt die virtualisierte maschine läuft etwas oder manchmal sogar bedeutend langsamer als die echte ich kann jetzt hergehen und sagen wir mal die ibm befehls folgen übersetzen in eine äquivalente befehls folge auf einer intel maschine und zwar während der laufzeit und das ist ziemlich heiß ja das war eine großartige erfindung von glaube ich stanford ja das also so ähnlich wie ein just in time compiler für java für die java virtuelle maschine die java virtuelle maschine kann auch eine übersetzungs komponente haben die sagt okay diese stückchen java virtuelle maschinen code wird so oft ausgeführt da sind wir besser dran wir setzen das mal schnell und das wird dann auch gemacht ja so was kann ich damit erreichen naja ich kann erreichen dass eine gute auslastung der rechnen ressourcen eines eines diensteanbieters habe ich kann sogar anwendungen von einer maschine auf den anderen verwirklichen das ist bei lastschrankungen möglich wenn ich zum beispiel plötzlich zu viele anfragen bekommen auf diese eine virtuelle maschine gut dann lagere ich sie aus auf einem stärkeren rechner der weniger belastet ist eine möglichkeit ja also das zum beispiel für die abstrakte maschine als sehr mächtiges konzept und vielfältig benutzt ja es kann also gut sein dass sie auch in ihrer entwurfs erfahrung dann später mal eine abstrakte maschine bauen müssen kleine oder große vollständige oder auch nur eine api gibt es dazu noch fragen tobias ich kann es leider ich oder wissen nicht sehen weil da muss ich die mir hin und her schalten das meiste hat sich schon geklärt hat sich geklärt gut wunderbar gut dann gehen wir zum nächsten konzept der sogenannten programm familie das ist programm family so hat er es übrigens partners genannt heute gibt es einen terminus der ein bisschen sexier also der heißt software produktlinie ja englisch software product line was ist das eigentlich eine programm familie oder software produktlinie ist eine menge von programmen eine menge von programmen also mehrere die erhebliche anteile gemeinsam haben zum beispiel die anforderungen oder entwurfs bestandteile oder software komponenten oder zum beispiel auf der gleichen virtuellen maschine aufsetzen ja das nennt man programm familien oder software produktlinien die der punkt dabei ist dass eben die mitglieder der produktlinie rasch entwickelt werden können ohne dass man alles neu entwickelt sondern dass man anteile der anforderungen tour of bibliotheken komponenten virtuellen maschinen wiederverwendet eventuell leicht abgewandelt oder bisschen erweitert aber man möchte also dafür sorgen dass ich ähnliche programme ohne großen aufwand entwickeln kann weil sie gemeinsamkeiten haben also sie haben sicher schon davon gehört dass es eine home version gibt eine professional version und eine enterprise version also eine version die das ganze unternehmen ist die software macht eigentlich das gleiche oder der kern das oft ist das gleiche aber die professional hat ein paar funktionen mehr und die enterprise version hat hat vielleicht noch ein paar mehr und virtualisiert auch noch mehrere davon oder irgend so etwas ja also das wäre so eine typische programmfamilie und und wenn sie das hören wissen sie aha da hat der hersteller also teile wiederverwendet das auch in ordnung denn das spart kosten und das sparen der kosten wirkt sich schließlich auch auf ersparte kosten für den entwerb oder die miete an ihrem ende aus ja es ist also wesentlich kostengünstiger ein neues mitglied der produktlinie zu erzeugen als jedes einzelne mitglied der familie von vornherein neu zu entwickeln praktisch ja so eine programmfamilie man nutzt also aus die gemeinsamkeiten entwürfe spezifikationen antworten sie wissen dass das inzwischen dass das ziemlich arbeit sein kann so eine spezifikation so ein pflichtenheft zu schreiben und die anforderungen zu sammeln da gibt es vielleicht schon ein vorbild das kann man wieder verwenden und bisschen abändern und neues hinzufügen und nicht benötigtes löschen das ist dann so das typische vorgang und das gleiche wirkt sich dann natürlich auch auf die auf den entwurf und die software komponenten bibliotheken die man gebaut hat in einer architektur kann ich dann natürlich auch die sogenannten variationspunkte angeben in den neuen platz von benutzte plattformen etc eingeführt werden können alternativen also also die programmfamilie kann sich nicht nur im funktionsumfang unterscheiden sondern auch darin auf welcher plattform sie läuft ja also läuft sie auf windows auf linux und auf mac os und läuft es auf ios und läuft es auf und so weiter die verschiedenen plattformen die es da so gibt ja das wäre auch so dass man sagt okay ich versuche möglichst module und schnittstelle zu generieren die mich davon unabhängig machen so dass ich nur einige wenige schnittstellen neu implementieren muss für die für die neues betriebssystem und den rest der funktionalität beibehalten kann ja ohne den funktionsumfang zu ändern sondern nur eben die portierung auf ein anderes betriebssystem zu schaffen zum beispiel von ios auf android android das wäre schon praktisch und da bemühen sich viele leute darum das möglichst möglich zu machen dass ich hoffentlich für die verschiedenen betriebssysteme nur ein einziges programm brauchen also das hat jetzt gerade gesagt verschiedene hardware betriebssystem konfigurationen sie unterscheiden sich vielleicht in der form der einen ausgabe oder sie unterscheiden sich im funktionsumfang und warum nimmt man nicht immer für alle gleich die enterprise version naja die enterprise version ist wahrscheinlich schwieriger zu installieren erfordert mehr ressourcen die passen auf meinen heimrechner nicht und ich will mich mit der zusätzlichen komplexität die dann reinkommt mit mehr benutzer betrieben und was es dann noch alles geben kann will ich mich einfach nicht befassen ja also brauche ich eine abgespeckte version und daher hat man eben unterschiedlichen funktionsempfang sie unterscheiden sich in datenstrukturen und algorithmen das ist klar entweder weil unterschiedliche betriebsmittel zur verfügung stellen dann muss ich habe ich dann eben nicht so viele prozessoren um eine voll parallelversion zu verwirklichen oder ihr habt nicht so viel hauptspeicher nicht so viel hintergrundspeicher braucht daher andere implementierungen die vielleicht ressourcenschonend es sind für abgespeckte versionen oder es gibt unterschiede in dem umfang der eingabe daten ja ich kann mir vorstellen dass vielleicht eine enterprise version sehr viel mehr daten verdauen muss als meine home version ja oder aber es bis passieren sehr viel mehr bestimmte anfragen die können sich von der enterprise version unterscheiden zu der home version und dazu kann ich reagieren indem ich andere algorithmen oder datenstrukturen benutzen ja also programmfamilie ist auf der produktlinie noch etwas auch eine unterscheidung die auch von partner stammt ein wichtiger unterschied zwischen allgemeinheit und flexibilität ein programm ist allgemein falls es in vielen situationen ohne änderung benutzt werden kann ja diese allgemeinheit ist oft mit hohen laufzeit und speicherplatz kosten verknüpft ich muss also vorsehen dass vieles das ich vielleicht gar nicht benutze trotzdem behandelt werden kann ja aber im gegensatz dazu ist ein programm flexibel falls es leicht für unterschiedliche situationen abgeändert werden kann die flexibilität erfordert höhere entwürfskosten weil ich mir das überlegen muss wo ich flexibilität haben will ja aber die allgemeinheit eine allgemeine lösung würde alles können und die ist natürlich meistens auch sehr teuer zu erstellen und teuer in den laufzeitkosten also ein beispiel extremes beispiel vielleicht ja also im sogenannten dritten reich hat man mal damit experimentiert von der sieben tage woche auf die zehn tage woche zu gehen hat nicht geklappt das nebenher aber stellen sich vor sie sind uhren schreiber und unentwickler ja sollen sie jetzt eine uhr bauen die sie auf die acht tage woche umstellen können das hat alles möglich an folgen ja sie müssen die anzahl der wochen pro 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 jahr ist anders sie brauchen neue tage tagesnahmen sie müssen die anzeige ändern vielleicht passt es nicht mehr rauf und so weiter und so fort alles wird komplizierter das wäre also eine uhr die sie umstellen können sie kann sagen von der sieben tage woche auf die acht tage woche mit einem knopfdruck umgestellt werden das wäre allgemein ja flexibel wäre es wenn ich die uhr so vorsehen dass ich sage okay sollte mal jemand spinneter politiker auf die idee kommen in irgendeinem land zehn tage woche einzuführen dann können wir das wir müssen folgende module ändern ja und der rest der uhr läuft genauso wie vorher okay gut wir interessieren uns hauptsächlich dafür ein system flexibel zu machen und dadurch die wartung zu vereinfachen also spät jemand kommt ich will jetzt tatsächlich die acht die zehn tage woche na gut da machen wir das wird wohl nicht passieren aber das war eben ein beispiel aus der vergangenheit ein flexibler änderungswurf ist nämlich änderungsfreundlich deshalb bestimmte tage haben wir schon was überlegt haben sondern implementiert aber es kann angeflanscht werden okay das war die das waren die produktfamilien zwar haben wir das auch gibt es dazu fragen abstrakte maschine programmfamilien produktlinien okay jetzt kommen wir zu den sogenannten architektur stilen die er sagen uns geben uns den großaufbau eines software systems fest vor und da gibt es klassiker und weniger klassiker als es gibt die schichten architektur das ganz ganz großartiger klassiker wird immer noch benutzt klient dienstgeber ist etwas moderner das vielleicht nur 30 jahre alt ja partner netze vielleicht 20 jahre alt datenablage ist uralt model modell präsentation störung model controller das ist auch ungefähr 25 jahre alt fließband ist uralt rahmen architektur das ist etwas neueres das ist vielleicht weiß ich genau 25 jahre alt dienstorientierte architektur ja das ist das sind die architektur stile die uns anbauen wir anschauen das gibt ihnen also an wie sie ein gesamtsystem im großen aufbauen zusammensitzen ja die schichten architektur eine schichten architektur ist die gliederung einer software tour in hierarchisch geordnete schichten was ist eine schicht eine schicht dort besteht wieder aus einer menge von software komponenten das können module klassen objekte pakete ja sein mit einer wohl definierten schnittstelle wie beim modul auch nutzt die darunter liegenden schichten und stellt seine dienste also seine schnittstelle darüber liegenden schichten zur verfügung zwischen den einzelnen schichten schichten ist die benutzt relation linear baumartig oder ein a zyklischer graf innerhalb einer schicht ist die benutzt relation beliebig nach schauen wir uns genau da brauchen wir ein bild also das hier wäre eine drei schichten architektur da haben wir unten also die unterste schicht da sind ein paar komponenten drin ich weiß es nicht was das ist das könnte zum beispiel die datenhaltung sein ja könnte im betrieb ein datenmanagement system sein ja die schicht darüber die eigentlich an ist die eigentliche anwendung da stellt also die anwendung api mit den kernfunktionen da zum beispiel für eine bank wäre dass das anlegen von konten das löschen von konten implementieren von überweisungen das erfolgen von krediten und so weiter ja das wären also die es könnte so ein spät anwendungskern sein diese komponenten die hier auftauchen dürfen die komponenten in der unterliegenden schicht benutzen sie dürfen aber nicht auf die darüber liegen die schicht zugreifen ja denn man will dieses zeug von unten her aufbauen und testen nun also keine zyklischen abhängigkeiten das hatten wir schon mal gehabt die benutzt relation muss also zyklen frei bleiben schließlich kommt die oberste schicht das hat zum beispiel die benutzer oberfläche drin und das bedient was weiß ich die die verschiedenen maschinen in den geräten in den kaufhäusern oder sowas wo sie ihr geld abheben können oder einzahlungen machen können ja diese terminale werden hier zum beispiel bedient oder eine eine web schnittstelle die den die den benutzen zur verfügung steht das wird hier implementiert und natürlich benutzen die diese darunter liegenden kernfunktionen die frage ist jetzt dürften diese komponenten die in der obersten schicht auch die unterste schicht benutzen und die antwort dafür ist ein klares jein sie entscheiden wenn seine schichten architektur machen bauen ob eine sogenannte transparente schichtung da ist das heißt sie dürfen durch diese schicht hindurch greifen auf eine darunter liegende es können ja auch vier oder fünf schichten sein ja oder nicht das ist ihre entscheidung also als entwerfer und die braucht einen guten grund nämlich dann nicht wenn ein direkter durchgriff durch diese schicht hindurch konsistenzbedingungen hier drin verletzen würden zum beispiel kann man gut vorstellen dass sie hier nicht direkt auf konnten auf der untersten ebene durchgreifen wollen weil das vielleicht die bedingung die hier stattfinden müssen nämlich bei überweisungen muss die gesamtsumme gesamtsumme der content gleich bleiben ja dass die hier gestört würde wenn sie einfach auf eine konto unten was drauf addieren das dürfte also nicht sein genau die dienste in der regel nutzen also nur die dienste niedrigerer schichten und bis und benutzt keine höheren schichten das ist ein absolutes no no das darf also nicht sein eine schicht kann natürlich horizontal in mehrere unabhängige system subsysteme aufgezeigt werden und da gibt es also dann partitionen so die sogenannte intransparente schichtung schichten architektur sieht so aus dass sie sagen ich kann von den schichten nach unten greifen aber ich darf nie eine schicht überspringen ja das ist die intransparente schichten architektur und das zugriff von unten nach oben ist sowieso verboten das ist in allen verboten ja dass die intransparente schichten architektur wie gesagt benutzt man dann wenn der durchgriff von oben nach unten eine inkonsistenz erzeugen könnte die transparente schicht da ist genau das gleiche aufrufe nach oben sind nicht erlaubt aber auch ein aufruf nach aufrufe nach unten sind alle erlaubt dann nennt man es die transparente schichten architektur wie gesagt auch hier wieder achten darauf dass diese durchgriff nicht zu uns zu uns konsistenzen führen kann sonst muss ich das nur den zugriff in durch diese schicht vorsehen und dafür eine sprechende operation bilden die diesen durch durchgriff gewissermaßen simuliert aber dabei konsistenzbedingungen beachtet hierzu haben wir jetzt eine frage ja bitte zunächst jetzt war zunächst die frage ob man diese beiden auch mischen kann also ob man teilweise beides machen kann ja ja gut man kann es aber da nicht mehr eine transparente oder intransparente architektur nennen sondern ja ist natürlich möglich wenn ich zum beispiel in vier schichten architektur habe dass ich ein durchgriff von also sich von der obersten schicht auf die dritte unterste mache ja kann ich zulassen aber ich würde empfehlen zur sauberkeit halber eher vermeiden ja entweder alles oder gar nichts sonst weiß man irgendwann mal gar nicht mehr was jetzt noch erlaubt ist und was nicht und wenn dann gewartet wird und irgendeiner das nicht mehr weiß dann ist das plötzlich aus der trans teilweise intransparenten und teilweise transparenten eine total transparente schichten architektur geworden und mit den entsprechenden folgen dann gab es noch die frage ob man betriebssystem ringe dann als betriebssystem schichten sehen könnte sie meinen wie in maltex das war eine rückfrage denken sie dabei an maltex ist ein betriebssystem er meint user und können space ja gut dann ist es nur eine andere darstellungsweise ja die innere schicht ist dann der innere kern und der äußere ring ist dann die äußere schicht ja aber ich habe maltex deswegen erwähnt da maltex eine auch eine ring struktur hat aber das ist ein altes betriebssystem vorläufer von unix entwickelt an mit aber hier in diesem betriebssystem ist die schichtung oder jeringe haben etwas mit absicherung zu tun also mit 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 sicherheit der zugriffe ja müssen wir jetzt nicht vertiefen aber ich wollte eben wissen ob sie das meinen dann hätte meine antwort anders gewesen ja aber sowas wie sie sich das vorstellen es haben sie deshalb die schichten als als zwiebelschalen gezeichnet ist auch erlaubt dann kam jetzt noch die frage ob man die schichten austauschen kann also ja dass zum beispiel die unterste schicht systemabhängig ist und ja ja definitiv das ist eine der zielrichtungen dass man eben einzel schichten austauscht und trotzdem noch ein gesamt funktionierendes system hat ja großes ja gut ich glaube das war es mit den fragen okay also da kommt es noch mal übersichtliche strukturierung ist klar keine zu starke einschränkung der entwerfer denn innerhalb einer schicht kann ich hier strukturieren wie ich will da kann auch mal gegenseitiger aufruf da sein und wie sie gerade bemerkt haben wird durch tauschen der schichten portabilität und testbarkeit unterstützt ja schichten können ausgetauscht hinzugefügt portiert verbessert oder wiederverwendet werden und das testen von unten nach oben ist auch möglich ja also ich kann also erst die unterste schicht testen sehen sehen ob sie alles erfüllt was ich mir so vorgegeben habe und dann darauf aufbauen die nächste schicht testen das kann ich könnte ich wieder bei einer zirkulären schicht hat zirkulären abhängigkeit nicht machen da muss immer alles stehen alles auf einmal muss auf muss dann funktionieren und das hat auch einen bestimmten ausdruck hervorgebracht nämlich dass der big bang test ja weil es da so kracht dass gar nichts mehr geht und in einer solchen zirkulären abhängigkeit sind sie also wirklich verloren wenn sie jetzt die fehler finden sollen und das hat man zum beispiel bei einem frühen ebm betriebssystem bemerkte da war also ein bestimmter termin zu halten dass das ein neues betriebssystem ich sage jetzt nicht welches ich weiß es auch gar nicht mehr zur verfügung stellen sollte das also angekündigt worden war zu einem bestimmten termin kommt es raus und die pressekonferenz war also angesetzt und man hat mir also dann leute die es erlebt haben nicht ich sondern andere die sagten also da sind dann den entwickler der chefentwickler mit grauem gesicht erschienen sagt wir haben ein problem und nicht nur eines es funktioniert nicht wir haben massive probleme und das lag daran dass man eben zu dieser zeit keinerlei strukturierungsmaßnahmen vorgesehen hat man einfach vor sich hin programmieren sagt jetzt brauchen wir noch den kontrollblock und auch den kontrollblock und da steht das drin das steht jenes drin und programmiert mal die funktion aus ja und am schluss hat alles von allem abgehängt und nichts hat funktioniert und was noch schlimmer war man wusste nicht wo der fehler ist konnte ja von irgendwoher kommen irgendjemand hat irgendwas in den kontrollblock reingeschrieben und das hat natürlich den ablauf total gestört es gab kein geheimnisprinzip kam kein schutz vor ungewollten zugriffen keine schichten gar nichts genau so deswegen schichten architektur ist glaube ich der erste so als als wichtiges strukturierungsmerkmal oder strukturierungsprinzip benutzt worden und wird heute noch benutzt überall der ganzen welt jedes betriebssystem ist so gebaut man spricht da eben davon er davon wie viele schichten ein betriebssystem hat als wie von einem anderen strukturierungs ansatz es gibt auch nachteile dieser schichten architektur bei dieser intransparenten schichtung wo ich eben nicht durch eine schicht hindurch greifen darf oder an ihr vorbeigreifen darf muss ich ja die direkt drunter liegende funktion auch eine direkt drunter liegende funktion aufrufen und es kann jetzt sein dass die nichts weiter macht was den aufruf weitergeben an die nächste und schicht und die an die nächste schicht ohne wirklich was hinzuzufügen ja wenn also ein ein direkter zugruf möglich wäre dann ist plötzlich aus einem einzelaufruf sind dann plötzlich fünf aufrufe geworden mit mehrfacher parameterübergabe und der kann in kritischen situationen also leistungskritischen situationen tatsächlich ein system spürbar verlangsamen ja da muss man also vorsichtig sein ob das nicht in einer inneren schleife oder so etwas passiert wo ein aufruf dann übersetzt wird in 25 andere dann ist natürlich auch das gleiche mit der parameterübergabe und der ergebnis rückgabe da haben sie also so situationen bekommen einen fehler zurück aus einer tiefen schicht und wissen eigentlich gar nicht was dieser fehler bedeutet aber sie müssen ihn behandeln ja sie müssen ihn vor allen dingen immer immer und ewig durchschleifen das heißt dass jede rückgabe liefert einen fehler code der muss jetzt wieder zurückgegeben werden und der muss noch mal zurückgegeben werden noch mal zurückgegeben werden bis an der obersten schicht auftaucht und dann hoffentlich jemand weiß was damit zu machen ist ja allerdings gibt es in java jetzt eben diese catch throw da ist es das zurückgeben der fehlermeldung kein problem mehr ich kann einfach sagen wenn da ein fehler auftritt dann löse ich eine ausnahme aus ja also ich werfe nicht den exception ich finde die sprechweise furchtbar total ohne stil auslösen eine ausnahme ist das wort und diese ausnahme kommt dann schon an genau der stelle ab an die als als letztes gesagt habe aber ich kann diese ausnahme bearbeiten ja das ist dann die sogenannte catchphrase mit der man das macht okay aber trotzdem läuft da irgendeine software die damit umgehen muss aber dies automatisch erzeugt das hochreichen der ausnahmen bis zur entsprechenden aufnahmestelle annahmestelle dann kann es sein dass einer klar abgegänzte ab 6 abstraktionsschichten sich nicht unbedingt immer sauber definieren lassen das kann dazu führen dass man eigentlich gedacht zwei schichten vereinen muss ist dann aber auch kein problem kein wirklich hartes problem und man sollte natürlich vermeiden innerhalb einer schicht das totale chaos anzustellen sonst kann ich die schicht also auch nicht mehr richtig testen so das war es also was ich zu sagen hatte über die es kommt noch aus drei schichten architektur das bekannter heißt also ein architektur stil der heißt bei welchen die anwendung aus drei hierarchischen geordneten subsystemen besteht nutzer schnittstelle anwendungskern und datenbanksystem das hatten wir glaube ich schon erzählt ganz am anfang dann gibt es jetzt natürlich ein neues schlagwort oder einigermaßen das heißt es 3 tier architecture das ist also kein tier hier was darum läuft sondern einfach auch nur eine schicht tier ist einfach eine ebene oder schicht können sie nachschauen ist auch nur ein dreistufige architektur typischerweise meint man damit eine ganz bestimmte architektur nämlich da gibt es einen klienten einen anwendungskern und eine datenbank auf einem dienstgeber der wahrscheinlich per fernaufruf an angetrieben wird der anwendungskern wiederum kann beim klienten rechner sein oder in der untersten schicht bei der datenbank selbst ok vierstufige schicht nach diktur sieht etwas so aus da gibt es ein funktionskern ganz ganz einfachen operationen darauf aufbau und grundfunktionen ein anwendungskern eins und anwendungskern zwei für zwei unterschiedliche anwendungen und schließlich benutzer schnittstelle für anwendung eins und anwendung zwei also das ist alles völlig erlaubt sie sehen schon hier haben wir eine produktfamilie produktlinie oder eine familie von anwendungen das können wir also auch noch ins mehrfache treiben hier vielleicht noch eine benutzer schnittstelle noch eine anwendungskern hinzufügen wie wir wollen diese flexibilität haben sie in der schichten architektur natürlich da gibt es keine probleme damit webdienste sehen oft vierschichtig aus webbrowser ist die benutzer schnittstelle der webserver liefert die statischen html seiten oder auch die dynamischen der anwendungsdienstgeber verwaltet die sitzungen und erzeugt dynamische html seiten ohne datenbank die die daten verwaltet und die datenbank ist typischerweise gemeinsam genutzt von allen offenen verbindungen zu den nutzern weitere beispiele betriebssystem die wichtigsten schichten sind erstmal die prozessverwaltung da kann man prozesse starten und beenden erzeugen starten und beenden werden das sehen wie man das macht wenn wir programmierung studieren in der implementierung schicht speicherverwaltung virtualisierung des hauptspeichers für viele viele anwendungen mit einem beliebig großen speicher dateiverwaltung gehört der tür auch dazu sie wollen wie gesagt schon mal erwähnt nicht direkt wissen auf welcher welche spur auf welchem sektor auf welcher platte ihre datei sitzt die kommunikation die netzwerkschnittstellen oder die kommandoschnittstelle da gibt es auch manchmal mehrere grafische benutzeroberfläche drüber und dann drüber schließlich die anwendungen also die grafische benutzeroberfläche ist nicht die grafische benutzeroberfläche sondern die bibliothek die mir es glaubt benutzeroberflächen zu konstruieren die protokoll türme bei der datenfernübertragung auch das ist dann gibt es standards dafür die sind tatsächlich geschichtet ja auch heute noch informationssysteme auf datenbank aufbauen der die sind auch geschichtet also da gibt es viele beispiel passend zur schichten architektur ist das entwurf muster fassade eine schicht besteht oft aus einer vielzahl von elementen pakete module klassen objekte funktionen vielleicht hunderte die nicht alle an die darüber liegende schicht zur verfügung gestellt werden soll weil sie vielleicht zu komplex sind in der benutzung oder fehler verursachen können oder einfach nicht nur nötig sind gewissermaßen intern sind ja und dazu gibt es eine bereinigte oder vereinfachte schnittstelle zur verfügung die die man nennt man eine fassade ja fassade ist also eine oder mehrere klassen die nur die zur verfügung stehenden element enthält und und an die geeigneten elemente in der darunterliegenden schicht delegiert sieht dann etwas so aus ja also ursprünglich sagen wir mal dass eine schicht und das war eine anwendung oben drüber die greift jetzt wild in diese schicht hinten herum und da gibt es noch vieles dass die gar nicht benutzt wird natürlich auch hier nicht angezeigt wird und das ist ein bisschen unübersichtlich ja stattdessen sagt man sich okay wir verengen diese schnittstelle diese mögliche schnittstelle dieser schicht auf das was die oberen benutzer tatsächlich benutzen sollen und die gehen jetzt immer durch diese fassade hindurch die fassade berechnet in der regel gar nichts sondern sie gibt einfach ihre aufgaben weiter an die darunterliegenden elemente allerdings kann es auch vorkommen dass eine fassade so genannte bählichkeitsoperationen zur verfügung stellt das heißt also dinge die immer gemeinsam benutzt werden oder von den anwendern benutzt werden sollten werden also dann in zwei drei vier fünf aufrufe übersetzt die in der fassade sitzen die dann die verschiedenen aufrufe nach unten loslassen ja also fassade bereinigt eine anderweitig komplexe schnittstelle einer schicht oder auch einer anderen architektur ja das ist also schon deutlich einfacher als die schichten architektur ich kann diese fassade selbst auch als eine schicht betrachten seine schicht denn sie sehen ja die aufrufsrichtung geht immer von oben nach unten und natürlich ist die schicht die fassade in transparent ja wenn ich sie transparent machen wollte bräuchte ich sie gar nicht mehr ab hierzu gerade fragen die eine frage war jetzt eine public-versus-package-private unterscheidung nicht auch schon eine fassade ist eigentlich noch nicht denn hier habe ich nur gesagt was welche operationen im paket öffentlich sind oder nicht was die fassade zusätzlich kann diese verengung kann ich natürlich mit public und private erreichen ja pro für ein paket oder eine schicht allerdings die bildlichkeits funktionen das heißt also diejenigen die mehrere aufrufe zusammenpacken in eine abstraktere funktion die hätte ich beim public-private eines pakets dann nicht mehr ok gut klären dienstgeber klein server das haben sie sicher schon gehört vielleicht sogar schon benutzt ein oder mehrere dienstgeber bieten dienste für andere subsysteme oder klienten genannt an ja jeder klient ruft eine funktion des dienstgebers auf oder mehrere und das ergebnis zurückführt dazu muss der klient schnittstelle des dienstgebers kennen umgekehrt muss der mitgeber die schnittstelle des klienten nicht kennen das ist also eine zweistufige architektur zwei schichten aber sie ist auch noch verteilt in der regel dienstgeber sitzt auf einem anderen rechner als der klient sie haben ja natürlich schon jede jede menge von klientenprogrammen auf dem internet benutzt da ist der dienstgeber eben auch erfunden worden für das internet und hat seine vorteile dass ich eben daten konzentrieren kann an einen dienstgeber dann muss ich die daten natürlich auch wieder schützen da wird also gerade in deutschland sehr viel darüber gesprochen über die vernutzung benutzung dieser dieser daten aber das steht auf einem anderen blatt die privatheit die dann natürlich ein problem wird wenn ich alles auf dem klientenprogramm installiert hätte dann wäre das privater problem nicht gegeben aber ich könnte dann auch keine gemeinsame datenhaltung fußen vorsehen und jeder müsste alle programme bei sich selbst führen und das kann man natürlich unmöglich alles schaffen wenn sie nur daran denken wie viel soft das jede woche neu installieren muss müssen weil sie eine neue version haben und jetzt auch noch jeden dienstgeber software installieren dass wir katastrophal okay kennen wir also leeren server klient dienstgeber client server wird zum beispiel oft bei datenbank anwendungen benutzt ein frontend hat die benutzung oberfläche für den benutzer plus natürlich die funktionen und das back end der dienstgeber enthält den datenbank zugriff und die manipulationen an den anderen datenbank funktionen die der klient ausführt sind die eingabe des benutzers entgegennehmen vor verarbeitung der eingaben zum beispiel auf konsistenz überprüfen auf vollständigkeit überprüfen das kann ich schon am klient selber ausführen die datenverwaltung die datenintegrität und konsistenz und sicherheitsfunktionen die passen typischerweise auf den dienstgeber am besten und klient und dienstgeber laufen in der regel auf unterschiedlichen rechnen aber nicht unbedingt ich kann sie auch zum beispiel zu testzwecken auf dem gleichen rechner installieren und dann habe ich natürlich den vorteil dass ich in beiden seiten dass ich beide seiten beobachten kann und meine beobachtungsfunktionen mit laufen lassen kann log funktionen und die schnittstellen laufen auch auf dem gleichen rechner ich muss also nicht unbedingt auf das internet ausweichen das ursprünglich ursprünglich sage ich mal klient dienstgeber system war das sogenannte ftp server file transfer program heißt das ftp server der wurde also erfunden als ich noch student war der klient ein ftp programm wie falls zieler zum beispiel initiiert das übertragen einer datei der dienstgeber reagiert auf die anfrage des klienten und empfängt beziehungsweise sendet die datei nachdem in welche richtung die datei ist wenn sich das die datei herunterlade dann muss natürlich mein ftp klient dass die daten entgegennehmen in der datei speichern und merken wo am ende ist recht wenn wir muss das wirklich nicht tun ja genau das also eine der einfachsten dienstgeber anwendungen weil wir schon bei netzes sind können wir auch noch die partnernetze uns anschauen peer to peer auf englisch peer peer sind die gleichgestellten gleich altrigen also die leute die in ihrer klasse oder im semester sind das sind ihre peers ihre partner und das ist natürlich in der verallgemeinung des klient dienstgeber netzes da sagt man ja was soll ich alles wieso soll ich eigentlich diese unterscheidung zwischen klient und dienstgeber haben wie wäre es wenn ein partner alles tun kann nämlich sowohl ein klient sein als auch ein dienstgeber ja und die laufen jetzt auf unterschiedlichen rechnern also im wesentlichen ist ein partner zugleich ein anforderer als auch ein anbieter ja also übernimmt die rolle des anforderers und des anbieters das wäre übrigens auch mal ein beispiel wo man erstens in einem umeldiagramm eine selbstschleife hat für eine assoziation ja und da die rollnahmen braucht ja der partner bietet einen dienst an oder mehrere und er ist also sowohl klient als auch dienstgeber die klientfunktion und dienstgeber müssen beide erfüllen und bei mehrfach vererbung ist das nicht recht einfach geschrieben bei verbotener mehrfach werden brauche ich also hier einfach nur schnittstellen man geht es auch so der klient dienstgeber sieht also so aus dass alle auf dem einen dienstgeber ankommen und dienste wollen im partnernetz kann ich hier gehen und die dienstgeber seite verteilen damit muss ich natürlich auch die daten verteilen und ich kann den abnehmen der mir gerade am nächsten liegt der am schnellsten antwortet oder der mir am besten gefällt es gibt jetzt keine zentrale koordination keine zentrale datenbasis in der partner in der regel kennt der partner nur eine untermenge der übrigen partner also der seine nachbarschaft und das gesamtverhalten des systems ist jetzt aus interaktion ich muss mir jetzt also überlegen wie ich bei geteilten daten dafür sorge dass alle partner die aktuellen daten haben ja ich gehe also erst mal davon aus dass die einzelnen partner unzuverlässig sein dürfen sie können nicht immer angeschaltet sein ja sie können also ihren rechner als partner registrieren und sagen gut ich bin als partner da aber nur wenn mein rechner läuft wenn ich auf urlaub bin ist nix damit ja das heißt es müssen mechanismen gefunden werden mit dieser unzuverlässigkeit zurande zu kommen das ist gar nicht mal so schwierig denn ich habe ja noch andere partner die ich fragen kann ja das heißt ich kann das kompensieren allerdings muss ich dafür sorgen dass alle im system gespeicherten daten auch redundant verfügbar sind wegen der unzuverlässigkeit der partner und brauche dazu also ein aktualisierungsprozess ja den besprechen jetzt jetzt nicht aber es gibt solche und das erfordert natürlich auch entsprechenden netzwerk verkehr beispielsweise so ein ding auf netzwerkebene kann ich das auch machen dass er kann daten von anderen partnern anfangen erfordern wie auch ein klient er kann andere partner dateien anbieten als dienstgeber wenn eine anfrage nicht befriedigt werden kann weil er die daten nicht hat oder nicht aktuell ist dann wird es sich einen anderen partner wenden und in die anfrage weiter reichen das geht also alles im partnernetz oder auch auf netzwerkebene tcp ip kann das kann ich dazu benutzen anfragen anwendungsunabhängig über das physikalische netzwerk verteilen ist also ein ganzes kapitel für sich ich kann unbedingt dass hier alles behandeln aber sie sollten das wenigstens als architekturstil kennen ja brauchen wir noch zeit okay wir haben noch drei vier minuten datenablage depot englisch repository ist auch so ein zweischichten modell da gibt es ein subsystem und eine datenablage hier kann ich daten erzeugen die saaten setzen und die hohe daten holen die daten suchen das subsystem modifiziert das daten von einer zentralen datenstruktur die subsysteme sind lose gekoppelt und interagieren nur über die datenablage das ist also nicht das gleiche wie klient dienstgeber der klient dienstgeber da wissen die klienten voneinander nichts ja in der datenablage dem depot habe ich mehrere subsysteme die auf eine gemeinsame datenablage zugreifen und natürlich von den irgen ihren eigenen aktionen und den von anderen subsystemen mitkriegen ja geht datenablage ist so etwas ja geht repository ist eine datenablage oder ein depot und kann mit lokalem oder auch fernem zugriff erreicht werden und natürlich bei der zugriff bedeutet dann natürlich auch synchronisation die notwendig ist hier aber auch noch ein beispiel für eine datenablage zum beispiel aus einem übersetzer der sitzt nicht verteilt ja sondern ich habe einen übersetzer sagen wir für java der braucht die syntax analyse schaut sich die struktur des programmes an eine lexikalische analyse der schaut sich die einzelnen einzelnen tokens an wir haben eine sind semantische analyse schaut ob alles mit rechten dingen zu geht die typen stimmen dann optimiere der sagt aber das kann ich schneller machen und schließlich ein code erzeuger ja all diese klienten könnte man sagen benutzen eine zentrale ablage dass der struktur baum des programmes das den erzeugt die syntax analyse den baut die syntax analyse auf die semantik analyse überprüft den der optimierer verformt den verformt also optimiert ihn dazu gibt es noch eine symboltabelle die wird auch noch von allen benutzt ja wenn also ein aufruf kommt für eine bestimmte methode mit einem bestimmten namen dann kann ich in der symboltabelle nachsehen welche interne ist element im struktur baum damit gemeint ist ja und diese ablage könnte ich auch noch dazu benutzen mit einem quell debugger darauf zu arbeiten dass sie also einen debugger starten und sagen aber setze einen haltepunkt ein in einer bestimmten methode da muss ich natürlich wissen wo die ist wie die in der internen struktur heißt und so weiter also der quell debugger würde auf diese struktur ebenfalls zugreifen und der übersetzer muss sie wenn der übersetzungsvorgang beendet ist zur verfügung stellen oder aber in den virtuellen maschinencode mit ein flechten ja da gibt es auch noch struktureditor der auf der symboltabelle arbeiten könnte und dem struktur war so das wären also beispiel für datenablagen das sind jetzt gleich fertig diese drei werkzeuge die hier genannt habe so hast du auch struktur der übersetzer können gleichzeitig ausgeführt werden hintereinander die datenablage stellt vor dass gleichzeitig zugriff synchronisiert sind geordert werden da gibt es ein transaktionskonzept als würden alle hintereinander arbeiten ja so solange sie aber nicht interferieren laufen sie parallel und der zustand der datenablage hat natürlich einfluss auf die auf den auf den ausführung der verschiedenen werkzeuge subversion geht sind solche beispiele wie auch eben ein übersetzer der gekoppelt ist mit einem debugger und einem struktureditor so das wäre es für heute den model view controller nehmen wir uns ein anderes mal vor und gibt es noch fragen zum depot oder zur datenablage die diskussion läuft sich hauptsächlich um die deutschen und englischen fachbegriffe die die mercatio hier verändern ist